Georgia Guidestones ist von Hausierern und Quacksalbern, die die Rockefellers einmal waren, und den Roths, die im Namen von Wissenschaft Populationskontrolle und Eugenik betreiben, Allah, beholt er Pellhos. Aus Angst vor Ressourcenknappheit, und Platzmangel, im unendlichen Universum und der Welt Gottes, des Guten, der herrlichen Freude und der Liebe. Was ist absurd? Haha, Wahrheit, Vertrauen, Liebe, ohne Gewalt, Zwang und Totalität, das ist die Insel, die Isolde, die Isis, die wahre Liebe, das immergrün, unsterbliche Liebe. Arthur ist die Wahrheit, geboren auf einer Insel. Tristram und Isolde, Parsfall, Dieten und Upanishaden, Romeo und Julia, alles das, ist der heilige Graal der Erleuchtung des Lebens. Der Sinn des Lebens lebt in der Liebe, unsterblich.